Bei einer unangekündigten Zeremonie hat der umstrittene belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko seinen Amtszeit abgelegt. Die Feier im Palast der Unabhängigkeit in der Hauptstadt Minsk wurde anders als in der Vergangenheit nicht im Fernsehen übertragen. Offenbar sollten Proteste vermieden werden. Lukaschenko regiert Belarus seit 1994 mit harter Hand. Nach offiziellen Angaben wurde er bei der Wahl am 9. August mit 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Seither kommt es zu Massenprotesten in Belarus. Weder die Opposition noch die EU erkennen das Ergebnis an. Wegen der Gewalt gegen Demonstranten verhängte Brüssel bereits Sanktionen gegen politische Verantwortliche. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, kritisiert die Vereidigung Lukaschenkos jetzt scharf. Er fordert die EU auf, Lukaschenko nicht als Präsident anzuerkennen und ihn ebenfalls auf die Sanktionsliste zu setzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum get céuungen aus Lcolumen vor das Beispiel 7,8 Jahre Wundersch rischelt